Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Aufgabe von Journalisten ist es, sachlich und neutral zu informieren. Leider geschieht dies heutzutage nicht mehr allzu häufig. Wie auch? Die meisten Medienanstalten, inklusive den öffentlich-rechtlichen, müssen eine ganz bestimmte Vertragsagenda einhalten. Sie sollen in ihrer Berichterstattung das westliche Bündnis bestätigen, da nach dem Zweiten Weltkrieg die Regelungen für die wichtigsten Medienkonzerne und Journalisten in unserem Land neu entworfen und festgelegt wurden. In den Arbeitsverträgen wird ein beträchtlicher Teil der Redakteure, Korrespondenten und Qualitätsjournalisten zu diesen Vorgaben verpflichtet, was die wenigsten Menschen heutzutage wissen. Wer also wie vielfach geschehen als Top-Journalist in den Abendnachrichten unkritisch über die weltweiten NATO-Kriegseinsätze mit Millionen Toten berichtet, selbst wenn sie nachgewiesenermaßen widerrechtlich stattgefunden haben, hält sich nur an seinen Vertrag. Wer die Politik zum Euro, ebenso die sogenannten Rettungsschirme, die schon hunderte Milliarden verschlangen, ohne echte Erwiderung oder Recherche als gegeben hinnehmt. Wer als Journalist zum Beispiel auch die Massenmigration als willkommene Demografiepolitik preist und sich in der Berichterstattung an zum Teil unerklärliche Denkverbote hält, hält sich lediglich brav an seinen Vertrag. So einfach ist das. Die meisten Mainstream-Journalisten gehen aufgrund ihrer vertraglichen Situation ebenso recht einseitig mit Europas Zukunft um. Durchaus willkommen ist es, sich für die Vereinigten Staaten von Europa auszusprechen, also für jenes zentral gesteuerte Konstrukt in Brüssel, welches die einzelnen Länder zunehmend gleichschaltet. Frühere selbstverwaltende Strukturen der unterschiedlichen europäischen Staaten, die über viele Jahrhunderte unter anderem die individuellen Kultur- und Traditionseigenschaften der einzelnen Völker sicherten, werden kaum positiv dargestellt. Im ganzen Gegenteil sogar. Wer das nämlich gut findet, hat zack den rechten Stempel. Ebenso wenig findet sich in der öffentlichen Berichterstattung Sympathie oder sagen wir nur Toleranz für die politischen und gesellschaftlichen Vorgänge in Russland. Gehört halt auch nicht zur Vertragsagenda. Wer hier von einer Gleichschaltung der Medien sprechen will, liegt vielleicht gar nicht so falsch. Es ist natürlich logisch, dass im Rahmen dieser vorgegebenen Ausrichtung eine gewisse Abrichtung des Bürgers nicht ausbleibt. Die einseitige Berichterstattung wirkt wie eine Art permanenter Gehirnwäsche oder besser sagen wir Verunreinigung. Und jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu. Diese sogenannten Qualitätsjournalisten, die mit ihrer ganz legalen Vertragserfüllung die Denkrichtung der Menschen umfangreich mitgestalten, greifen jetzt auch in die sozialen Medien ein, um die Gesellschaft noch effektiver politisch korrekt zu verändern. Viele der deutschen Mainstream-Journalisten werden seit neuestem verstärkt eingesetzt als Internetpolizei für sogenannte Fake News und Hate Speech. Und damit sind wir bei dem seit wenigen Jahren bestehenden Internetportal namens Korrektiv. Korrektiv mit C. Hier sagt man selbst über sich, wir sind das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Wir wollen jeder Bürgerin und jedem Bürger Informationen geben, damit man die Welt besser versteht. Das ist unser Ziel. Zitat Ende. Ein gutes Ziel, möchte man meinen, solange dies möglichst objektiv geschieht. Ich persönlich habe da jedoch so meine Zweifel. Denn das sogenannte Recherchezentrum Korrektiv besteht zu einem großen Teil eben aus bekannten Mainstream-Journalisten, die auch dem öffentlich-rechtlichen System und anderen sogenannten Leitmedien dienen. Leitmedie. Diese Mainstream-Journalisten bei Korrektiv arbeiten ganz offiziell als beauftragtes Säuberungskommando für den deutschsprachigen Internetgiganten Facebook. Korrektiv hat für Deutschland ganz offiziell die Rolle des objektiven Faktencheckers bei Facebook übernommen. Korrektiv ist seit April 2017 der einzige deutsche Partner in der Initiative. In einem kritischen Bericht lesen wir dazu, in Endkonsequenz heißt dies, dass just jener Teil der deutschen Leitmedien und insbesondere der öffentlich-rechtlichen, der mitverantwortlich ist für den grassierenden Vertrauensverlust in den Medien, via Korrektiv bei Facebook darüber entscheidet, welche Nachrichten und Medienportale als vertrauenswürdig eingestuft werden und welche nicht. Was also bei Facebook richtig oder falsch ist, also justiziabel, was auch geahndet wird mit immer empfindlicheren Strafen, entscheidet nicht etwa ein juristisches Konsortium, sondern unsere sogenannten Qualitätsjournalisten. Interessant ist ein Blick auf die Mitarbeiterliste bei dem sogenannten Faktenchecker. So findet sich ein reger Austausch des redaktionellen Führungspersonals zwischen Korrektiv und den öffentlich-rechtlichen Anstalten von ARD und ZDF und anderen Mainstream-Medien. Beispielsweise war der lange Jahre für den Spiegel in Washington tätige Journalist Markus Grill zunächst als Chef bei Korrektiv eingesetzt. Vor kurzem war er zu den Mainstream-Medien zurückgewechselt und zwar zum Investigativnetzwerk von Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR. Grill leitet das Berliner Büro der sogenannten Investigativressorts bei der Sender. Dann ist da David Schraven, früher bei Panorama vom NDR, der auch jahrelang für die linke Taz arbeitete, ebenso für den WDR, für die Welt, Süddeutsche und die WAZ-Gruppe. Der ist Gründer von Korrektiv gewesen und fungiert jetzt als Herausgeber. Ab Januar 2018 soll ein gewisser Oliver Schröhm neuer Chefredakteur werden bei dem als gemeinnützig geltenden Recherche-Büro Korrektiv. Dieser hatte jahrelang für den Stern, die Zeit, die FAZ sowie für Politikmagazine bei ARD und ZDF gearbeitet. Schröhm war von 2011 bis 2015 Nachfolger von ARD-Journalist Thomas Leif, der jahrelang als erster Vorsitzender des umstrittenen Journalistenwerks Netzwerkrecherche arbeitete. Es ist interessant, in diesem Zusammenhang dieses Netzwerkrecherche kurz einmal näher anzuschauen. Es gilt bis heute als Kaderschmiede für den bundesdeutschen politisch korrekten Journalisten-Nachwuchs. Dieser Thomas Leif, ARD-Journalist vom SWR, musste 2011 wegen eines handfesten Betrugsskandals seinen Hut nehmen, wegen unrechtmäßig erhaltener Fördergelder der Bundeszentrale für politische Bildung. So war bekannt geworden, dass sich Netzwerkrecherche durch falsche Angaben hier Fördergelder in Höhe von 75.000 Euro erschlichen haben soll. Die Staatsanwaltschaft leitete darauf ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs gegen den ARD-Top-Journalisten Thomas Leif ein. Nach einem Wirtschaftsprüfbericht hatte der stets für journalistische Unabhängigkeit plädierende Verein, für den übrigens der bekannte süddeutsche Journalist Hans Leyendecker als zweiter Vorsitzender tätig war, außerdem über 220.000 Euro von Industrieunternehmen erhalten, unter anderem von der Deutschen Bank, der INGDIBA, der RWE, verschiedenen Versicherungsgruppen und dem Bundesjustizministerium. Das Geflecht des umstrittenen Medienkartells ließ wieder einmal grüßen. Wer sich den Finanzbericht 2010-2011 dieses angeblich unabhängigen Netzwerksrecherche übrigens durchliest, der wird staunen, wer dort alles mit Zuschüssen und mit Spenden auftaucht. ARD und ZDF ebenso wie der Spiegel, die WAZ-Mediengruppe genauso wie Deutschlandradio und der Westdeutsche Rundfunk. Da sind sie also wieder alle vereint, die gleichgeschalteten Kräfte. Zuvor die Wirtschaftsunternehmen, hier die Führungsgremien der Massenmedien. Womit wir wieder bei unserem aktuell besprochenen Recherchezentrum Korrektiv sind, welches ja jetzt als Ordnungshüter für Facebook arbeitet. Von den vielen Facebook-Sperrungen hören wir in letzter Zeit ja immer mehr. Herzlichen Dank also in diesem Zusammenhang auch an unsere Mainstream-Kollegen. Sie geben offenbar alles. Ach ja, ein Ethikrat hat Korrektiv auch. Dazu gehören unter anderem der schon genannte Mainstream-Top-Journalist Oliver Schröm. Ferner eine gewisse Monika Beuerlein. Sie ist CEO des linken US-Magazins Mother Jones in San Francisco, welches mit hohen Beträgen finanziert wird durch die berühmt-berüchtigten Stiftungen des US-Milliardärs George Soros. Ferner gehört dazu Sheila Coronel von der Academic Affairs der Columbia University Graduate School of Journalism in New York City. Die Columbia University wird bekanntermaßen ebenfalls durch großzügige Spenden von Stiftungen des US-Milliardärs Soros unterstützt. Ja, fast hätte ich es vergessen. Korrektiv selbst erhielt übrigens bereits mehr als 150.000 Euro Unterstützung durch die Soros-Stiftung Open Society. Wer sich einmal mit den Strukturen der seit 2015 stattfindenden Massenmigration beschäftigt, dem begegnet dieser Herr Soros übrigens recht häufig. Eine Buchempfehlung zu diesem Thema finden Sie unten im Link. Jedenfalls scheint dieser Mann ein großes Interesse an einem Bevölkerungsaustausch in Europa zu haben. Beispielsweise werden durch die Soros-Stiftungen politisch korrekte Sprachregelungen für deutsche und europäische Medienunternehmen und Journalisten erarbeitet, die bereits vielfach umgesetzt sind. Aber wen wundert's noch? Zum Korrektiv-Ethik-Rat gehören weiterhin Ex-Fokus-Chefredakteur Ulrich Reitz, Ferner der frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Bränder. Von dem deutschen sogenannten Leitmagazin Der Spiegel ist Kurt Schnippen dabei, Jochen Wegner-Chefredakteur von Zeit Online und Stefan Willeke, Chefreporter bei der Zeit. Gründungsvorsitzender dieses Ethik-Rates war bis vor kurzem Bodo Hombach, ehemaliger Kanzleramtschef von Gerhard Schröder. Diese Leute sind also im Ethik-Rat von Korrektiv als Aufpasserorgan tätig, dass auch ja die richtigen Fake-News entdeckt und beseitigt werden. Der Begriff Ethik bekommt ja eine ganz neue Qualität. Gewiss gibt es auch ganz interessante Recherchen durch Korrektiv, jedoch bleibt in der Regel alles schön im Rahmen der politischen Korrektheit. Zu den wichtigsten Themen des Jahres 2017 gehört bei den Korrektivlern nach eigenen Aussagen übrigens der Kampf gegen Rechts. Wörtlich heißt es, eine rechtspopulistische Partei, die AfD ist damit gemeint, ist zum ersten Mal seit der Nachkriegszeit in den Bundestag eingezogen. Wir recherchieren schon lange zu den Lügen und den Widersprüchen der AfD und dem Schaden, den ihre spalterische Politik in unserer Demokratie und unserer Gesellschaft anrichtet. Ja, was wir uns merken sollten. Macht und Einflussnahme der öffentlichen Mainstream-Medien von heute haben also meist etwas zu tun mit Begriffen wie Investigativ, Netzwerk und Recherchezentrum. Darauf sollten wir in Zukunft achten. Zu diesen seriös klingenden Konstrukten gehören allermeist jene sogenannten Mainstream-Journalisten, die, wie eingangs erwähnt, die vertraglich vorgegebenen Nachkriegsvorgaben einhalten müssen. Das sogenannte Recherchezentrum Korrektiv bekommt übrigens offiziell kein Geld von Facebook für dieses Säuberes, Säuberungskommando. Letztendlich kann dies nichts anderes bedeuten, als dass Facebook das Ganze vom Steuerzahler finanzieren lässt, da Korrektiv unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung mitgetragen wird. Weiterer Förderer von Korrektiv, das inzwischen etwa 40 Mitarbeiter hat, ist nebenbei bemerkt Google. In einem Bericht des Kommunikationswochenmagazins W&V hieß es im November 2016, Google werde aus seinem Innovationsfonds für Medien 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten. Zu den geförderten Projekten gehörten neben Spiegel Online und RTL Radio Deutschland auch Korrektiv. Wörtlich heißt es in dem Bericht, die Aktion von Google ist Teil der Digital-News-Initiative, für die der Internetkonzern insgesamt einen Fördertöpf von 150 Millionen Euro eingerichtet hatte. Die Fake-News-Beauftragten bei Google übrigens werden wiederum großzügig finanziert von den Organisationen des bereits mehrfach erwähnten Hedgefonds-Milliardärs George Soros, womit sich der Kreis der elitären Entscheider über diese Welt wieder geschlossen hat. Es ist unverkennbar, da gibt es einige wenige ultrareiche Leute auf diesem Planeten, die sich mit nur einem Teil ihrer Zinserträge maßgeblich den Einfluss auf die ganze Welt sichern können. Fast ein Stoff, wie man ihn in einem James-Bond-Film findet, wo jemand die Weltherrschaft übernehmen will. Die Waffen hier und heute sind jedoch nicht mehr Pistole und Charme, sondern hier handelt es sich offenbar um gelbsystemische Massenvernichtungswaffen. Was heute entscheidend ist, dass dieser James Bond hier nicht mehr der Gegner des grimmigen Weltbeherrschers ist, sondern auf der Gehaltsliste der Welteroberer steht. Guten Tag!